Hallo, ich bin Manessa, 18 Jahre alt. Und ich bin der Burian, 20 Jahre alt. Und wir beide sind der Zubis bei der Firma Heinz in Moosburg. Schaut einfach mal mit. Die Firma Heinz ist ein mittelständisches Familienunternehmen und bietet individuelle Entsorgungs-, Recycling- und Logistiklösungen für Kunden verschiedenster Branchen. Als Kaufer für Büromanagement erstellt man Angebote, bearbeitet Rechnungen, ist für die E-Mail-Bearbeitung zuständig und alles, was so mit Kundenbetreuung anfällt. Ja, und bei uns ist eigentlich immer viel los und es gibt immer was zu tun. Auch Auswertungen und Statistiken gehören zu Vanessas Aufgabenbereich. Eigenständig arbeiten und dennoch gut ins Team integriert zu sein, das ist für sie besonders wichtig. Für den Job mitbringen muss man die mittlere Reife. Man sollte Spaß in der Arbeit mit dem PC haben und man sollte offen sein, da man ja auch viel mit Kunden zu tun hat und man sollte auf Leute ja auch zugehen können. Wie natürlich auch auf die Kollegen. Denn das Arbeitsklima muss für beide Azubis einfach passen. Ich mache hier die Ausbildung zum Pkw-Mechatroniker, das heißt Tätigkeiten am Fahrzeug wie elektrisch und mechanisch. Und wir kümmern uns hier quasi, dass die Fahrzeuge immer sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand sind. Mitbringen muss man Interesse am Fahrzeug, an der Motortechnik, handwerkliches Geschick und vor allem auch Teamwork. Denn gerade bei schweren Teilen wird gemeinsam angepackt. Und laut Florian ganz klar, dass man dabei auch mal schmutzig wird. Besonders gut am Job gefällt mir eigentlich das Schrauben an den Motoren am Fahrzeug selber und vor allem auch die Bewegung. Man sitzt nicht nur immer still rum und genau, man ist ausgelastet und man freut sich dann schlussendlich auch wieder aufs Bett auf Nacht. Heinz, ein Ausbildungsbetrieb mit spannenden Aufgaben, gutem Klima und Zukunft. Wir sehen uns schon wieder einmal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020